Ove Schatauer alias Cerebellum, die Stimme des Zorns. Dieses Video wird eines meiner ehrlichsten und schonungslosesten Videos, die ich je aufgenommen habe, werden. Ich möchte damit unterstreichen, dass ich zu meiner Meinung stehe. Das ist eine Meinung, die muss man nicht teilen. Man muss auch nicht so denken wie ich. Ich möchte nur, dass ihr nachdenkt. Inspiriert zu diesem Video hat mich ein Film, den ich mir gerade angeschaut habe. Eine Filmempfehlung. Der Film heißt Labyrinth. Im Labyrinth des Schweigens könnt ihr auch kostenlos im Stream oder egal wie wo anschauen. Der Film handelt von den Nachkriegsjahren. Und es geht um die Aufarbeitung der Nazi-Diktatur und Nazi-Zeit bei allen Menschen, die diese Zeit erlebt haben. Und er heißt nicht umsonst im Labyrinth des Schweigens, ein sehr passender Titel. Und eine sehr mir äußerst sympathische Figur der Hauptheld. Ein junger Anwalt, der ermittelt und auf ein riesiges Labyrinth des Schweigens und der Verdrängung stößt. Und ich habe mich oft gefragt, warum wir, die Deutschen oder auch überhaupt sehr viele andere Menschen, aber gerade auch vielleicht die Deutschen, so ein verdrängendes, zu allem schweigendes Volk sind. Und auch heute, auch heute, auch heute, tja, habt ihr euch das auch mal gefragt? Vielleicht ist ja diese Generation, die jetzt noch am Leben ist und die die Zeit erlebt hat früher, doch die Nachkriegszeit auch nur Opfer der Erziehung, des kollegialen Verdrängens. Vielleicht waren alle unsere Großeltern, Urgroßeltern, Eltern dazu erzogen und verdammt oder haben es einfach getan, es zu verdrängen, was damals geschehen ist. Grönemeyer hat auch in einem Song geschrieben, der Mensch verdrängt. Mich widert das an, mich kotzt das an, wie man Ungerechtigkeit verdrängen kann. Dazu bin ich nicht der Typ, Leute. Ich werde nie Ungerechtigkeit verdrängen oder zur Ungerechtigkeit schweigen. Wie weit muss man charakterlich gesunken sein und warum ist das so, frage ich. Warum ist es in einer so großen Anzahl der Menschen so gewesen, nach dem Krieg bis heute? Heute wird verdrängt, so vieles verdrängt, genau wie damals. Ja, was wird verdrängt? Die himmelhoch jauchzende Ungerechtigkeit auf der Welt, arm und reich, die Umweltverschmutzung, Mutter Natur treten wir mit Füßen und verdrängen es jeden Tag. Drohnenmorde von Deutschland unterstützte Rammstein, Waffenexport Dritter in der Welt, Waffen dienen zum Töten und werden verkauft in Regionen, wo es Kriege gibt. Das verdrängen wir, genau wie die Nazis verdrängt haben, dass es immer genug Arbeit gab und Arbeitsplätze. Auch wenn es in der Waffenindustrie und Kriegsindustrie war, heute gibt es die auch, diese Arbeitsplätze. Und wieder verdrängen die Leute dort, dass sie dort arbeiten. Ein Land der Verdränger, woher kommt das? Ich sage euch, woher das kommt. Unmenschliche Systeme, Herzen ohne Liebe sind die Ursache. Herzen, Kindheit ohne Liebe sind die Ursachen für solche Charaktere des Verdrängens. Ich denke, dass Liebe und Geborgenheit in der Kindheit niemals zu charakterlosem Verdrängen führen sollte, könnte. Und natürlich das Aufwachsen in einer Gesellschaft. In welcher Gesellschaft wächst man auf? Wo haben wir denn eine menschliche, mitmenschliche Gesellschaft? Wo so etwas Unmenschliches sofort zur Sprache gebracht werden würde. Wo man nicht den Mantel des Schweigens drüber deckt. Wir haben ein unmoralisches System. Die Wurzel ist krank, die Börse. Das Geschäfte machen widerlich. Den anderen übers Ohr hauen. Wenn die Wurzel krank ist, ist auch der Baum stammkrank und dann auch alle Blätter. Und wenn die Erde krank ist, vergiftet sich die Wurzel. Ein vergiftetes, moralisch völlig vergiftetes System kann doch keine hochmoralischen Menschen, die für das Gute einstehen und nicht verdrängen, hervorbringen. Das ist mein Resultat. Unmenschlichkeit im System, unmoralisches System, den anderen übers Ohr hauen. Unehrlichkeit. Nicht ehrlich wird am längsten, sondern unehrlich. Der Dumme, der Gute ist der Dumme. Das alles, glaube ich, fördert das Verdrängen. Damals wie heute. Verdrängen, kollektives Verdrängen. Rosa-Rote-Brille aufsetzen. Schön in dem Film gesagt, wie sie die kollektive rosa-rote Brille nach dem Zweiten Weltkrieg aufgesetzt haben. Sich betäubt haben mit der westlichen amerikanischen Freiheit. Hollywood. Fickenbumsen, Quark, alles für eine Mark, Brot und Spiele. Bloß verdrängen, bloß nicht. Das anstrengende Nachdenken bevorzugen. Und den anstrengenden Weg, den bequemen Weg, den nennen wir Freiheit, sich berieseln lassen. Tor 1, Tor 2, Tor 3. Das ist unsere Welt bis heute. 90% Verdränger. 90% die sich betäuben mit einem Weltbild, das sie für richtig halten. Und woran man nicht rütteln darf, dann ist man der Arsch. Dann ist man nicht mehr Everybody's Darling. Dann gehört man nicht mehr zu den lieben, netten Menschen. Dann ist man unangenehm. Dann sticht man in den Wespen, ins Wespennest oder in den Ameisenhaufen. Und das mögen die Ameisen und die Wespen nicht. Es soll alles schön so weitergehen. Gott ist das ein Land der Heuchler, eine Welt der Heuchler, eine Hilfe. Und man ist der Außenseiter, wenn man das erkennt und auch noch anspricht. Wenn man nicht, hurra, alles ist schön, mach dir nicht so viel Gedanken. Das Leben ist so schön, genieß es doch mal. Ja, ich weiß, dass das Leben schön ist. Und ich genieße es in all seinen Sinn. Aber ich kann deswegen nicht alles andere, was Ungerechtes und Schlechtes, verdrängen. Deswegen mache ich das hier in der Friedensbewegung. Deswegen schreibe ich seit 25 Jahren meine Texte. Die aber eben nicht wie der Arschfick-Song von Sido den Erfolg haben. Weil ich unangenehme Dinge ausspreche und sage in meinen Songs. Cerebellum. Googelt es mal. Kein leichter Tobak. Wie abgestumpft sind die Menschen. Was hat man gemacht mit ihren Sinnen, die Antennen? Abgefahren. Im Wohlstandsreigen. Im Gleichschritt der Gefühle. Noch bin ich Mensch. Noch darf ich sein. Macht euch mal Gedanken. Und vielleicht ändert man ja mal was. Als es immer nur zu verdrängen. Aber Tupac sagt ja immer, you must smile about all this bullshit. Und über die charakterlosen Leute, die in die Öffentlichkeit gehen, über andere reden. Die einfach hier bei Facebook oder egal wohin gehen und gegen andere hetzen mit Namen. Mit Namen. Die wirklich sagen, dass sie gegen diesen oder jenen was haben. Wie charakterlich runtergekommen sein muss ich, um das zu machen. Namen zu nennen. In die Öffentlichkeit zu tragen. Andere anzuklagen. Einseitig. Na gut. Sie sind auch nur Opfer. Einer kaputten Seele. Einer kaputten Moral. Aber auch da hat Tupac wieder die richtige Antwort. I ain't mad at you. Ich bin euch nicht böse, weil ihr es nicht besser wisst und nicht besser könnt. Ihr seid Opfer der Erziehung. Opfer mangelnden Charakters. Opfer von Moral. Und ihr tut mir leid. Tupac versteht mich. Und noch ein paar andere Denker. Pies da draußen. Ich blase jetzt hier mal das Licht aus. Bevor es die Welt mit der Menschheit macht. Wenn es so weiter geht. Ich blase jetzt hier mal das Licht aus. Ich blase jetzt hier mal das Licht aus. Ich blase jetzt 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 mal das Licht aus. Vielen Dank.